Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. In Laza befinden wir uns mittlerweile. Ja, wir haben in der letzten Session die Welt der Menschen, ja, aufgesucht kann man eigentlich nicht sagen, denn wir haben sie ja erschaffen. Auf jeden Fall sind jetzt Menschen da und wir waren dabei in der Stadt Luran nach dem verschwundenen Mädchen Mailin zu suchen, die Enkelin von Mayo oder auch Mayo. Und das war hier in der Wüste Gobi. Genau. Und jetzt sind wir wieder mittendrin in Luran und jetzt gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen die Stadt aufräumen. Wir wollen nochmal gucken, da kommen wir also nicht weiter. Wir waren oben schon, beim Hotel ging es los, wir könnten auf der rechten Seite natürlich noch weiter gucken, aber ich möchte mal eben sehen, ob wir hier noch irgendwas erlangen können. Bevor wir die rechte Seite, äh, die linke Seite, ne doch, die rechte Seite unter die Lupe nehmen, naja, bitte. Au, 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 was ist hier los? Ah, wir wollen noch ein paar Punkte sammeln, ne? Guck mal her, zack. Yeah, wap, bam, zack. Läuft doch. Wir wollen noch ein paar Level aufsteigen. Da könnten wir nochmal reingucken. Das ist die Westseite, da waren wir aber schon. Na richtig, hier sind wir ja aufgewacht, ne? Ursprünglich, ich glaube. Macht aber gar nichts, dann machen wir die nochmal im Kalt. So. Ähm, oben waren noch zwei Häuser, wo damals der Hotel, dieser Hotelmanager stand. Hier stand er irgendwo und hat uns gesagt, dass wir links irgendwie noch einen Geheimgang finden können. Und ich glaube auch, da war tatsächlich einer. Wenn ich mir überlege, hier, ja, hier hinten, da, habt ihr es gesehen? Da kann man in ein Haus reingehen. Das hatte ich noch im Hinterkopf. Vorsicht, Tisch, ja. Hier werden Tische gerückt. Ja, ist gut. Hier könnte man unter den Tisch, glaube ich, durchkrabbeln, was uns nicht wirklich viel bringt. Aber wir können ja in die Kamine reinklettern. Das haben wir ja schon in Mylins Stube herausgefunden. Und gucke mal, wo wir hier hinkommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es hier eine extra Waffe gibt. Was ist das denn? Ah! Von einem Geist. Äh. Okay. Da werde wohl nochmal wieder hingehen müssen. Wir wurden gerade von einem Geist gepackt. Ah, ich erinnere mich an was. Ich wurde verseucht. Verdammt. Das war nicht meine Erinnerung. Ja, 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 ja. Da haben wir noch Gegengift. Und vielleicht ist es auch mal an der Zeit, eine Wunderknolle zu nehmen. Wir haben ja noch neun Stück. Vielleicht finden wir auch noch wieder eine. Ein bisschen Energietanke. Jawohl. Haben wir wieder über 100. Das reicht dann erstmal wieder. So, geh weg. Und du auch. Und du sowieso. So. Ähm. Ja, also da war, wie gesagt, kleiner Geheimgang. Den untersuchen wir nachher nochmal. Uns fehlt ein bestimmtes Siegel. Wir haben ja dieses Traumsiegel da oben. Wow. Und es gibt noch ein zweites, das wir hier kriegen. Ich weiß bloß nicht mehr, wie es heißt. Oh. Hier gibt es ein Schiebe. Ups, Entschuldigung. Ein Schieberätsel. Mal eben gucken, dass wir die tot kriegen. So, wie schieben wir jetzt genau? War das schon falsch? Wir können den auch da reinschieben. Das war nicht gerade clever. Zumindest die eine kriegen wir schon mal auf. Ach, Gegengift. Sehr gut. Gehen wir nochmal raus und wieder rein. Dann sehen wir. Der Herbert war da. Von Resident Evil. Ne. Ihr wisst, Herbert steht für die, äh, komischen Phänomene, dass Objekte und alles so wieder an ihrem richtigen Platz stehen, sobald man einen Raum verlässt. Und das ist hier gerade passiert. Eigentlich müssten wir da unten mal hin. Warte mal. Kann ich hier? Na ja, so sieht das doch gut aus. Jawohl, so machen wir das. Und dann, was haben wir hier? Ein Flickenumhang. Und logischerweise ist er natürlich viel widerstandsfähiger als unsere bisherigen Rüstungen. Oh ne. Der geht um zwölf runter. Okay, das ist dann doch noch logisch. Ein Flickenumhang. Um Himmels Will. So. Der war aber auch kalt. Was haben wir denn hier noch drin? Das sind die ganzen Händler und so gewesen, denke ich mal hier. Aber warum mache ich die eigentlich dort? Hier ist ja nichts, oder? Ist hier nicht hier irgendwas? Nö, ich nicht. Dann lassen wir die mal da einfach rumzappeln. Und gucken mal, was hier rechts ist. Die Ostseite. Was bist du für ein komisches Viech? Auf jeden Fall bist du ein totes Viech. Kann man wie du. Wenn man die erstmal zu fassen hat, sind die relativ leicht. Das finde ich schon mal gut. So, komm her. Hoppala. Ich finde das einfach nur genial, dass die hier Zombies eingebaut haben in das Spiel. Super. Das macht bei mir gleich wieder richtig viele Sympathiepunkte aus. Muss ich echt mal so sagen. Äh, da bin ich gerade reingegangen, ne? Jo. Nach oben wollte ich. Guck mal links. Oh, ein Kristall. Sehr schön. Und rechte Seite? Schatztruhe? Tatsächlich. Ha. Wow, ein Strahlenlanze. Klingt gut. Ob sie das noch ist, werden wir gleich sehen. Oh ja, ein Stärker. Immerhin. So langsam sammelt sich hier unser Vorratslager an Waffen. Da müssen wir irgendwann welche ins schwarze Loch schmeißen. Man kriegt auf jeden Fall mehr, äh, als man Platz hat. Auch bei Rüstungen und so. Da müssen wir dann mal ein bisschen managen. Upsala. Ich sollte vielleicht auch ab und zu mal einen Gegner schlagen. Oder ich gehe einfach mal hier raus. Die sind mir zu blöd. So, komm her. Zombies. Kann man ruhig mal killen. Die normalen. Geh weg. So, ist hier noch was? Sieht nicht so aus. Komm her. Wie du's bist. Hier unten können wir auch nochmal nach rechts gucken. Auch die Ostseite. Oh, was war das denn? Waren das nicht diese grünen Leguane oder diese Viecher aus Zui? Was machen die denn hier? Äh, was? Philippits-Geräte in Rage. Philippits heißen diese kleinen Babys. Philippits. Okay. Das ist ein Name, den kann ich mir sogar merken. Passt auch irgendwie. Philippits. Okay, hier könnte ich, glaube ich, reinkrabbeln. Bringt das was, ist die Frage. Nope. Ähm. Ja, hier könnte ich lang. Wieder auf der Ostseite. Eine Etage tiefer wahrscheinlich. Ach so. Einfach im Haus daneben bin ich rausgekommen. Okay. Komm her. Ein bisschen Punkte sammeln. Also die beiden Häuser haben wir abgeklappert. Was ist denn hier noch so? Jo, du hast aber eine lange Zunge, mein Freund, du. Bam. Da ist ein Zaun, da kommen wir so noch nicht durch. Hier ist aber noch eine Lücke. Der Schnee ist hier ein bisschen nervig. Mordeo versprüht. Was war da? Ach, das hier ist Mordeo. Giftigen Dunst. Okay, hat mir jetzt bisher noch nichts ausgemacht, der giftige Dunst. Also hier können wir noch rein. Philippitze. Oh, ja. Rüstungen. Oh, da sind Geister drin. Ein Geisterscher. Ah. Ja, also gegen die Geister können wir noch nichts machen. Und wieder sind wir hier in der Mitte des Platzes rausgeschmissen worden. Ähm. Gut. Dann ist das so. Dann gehen wir erstmal wieder hier lang. Oder war das gerade der Bereich, wo wir waren? Ja. Es geht noch einen tiefer, glaube ich. Ich will euch ja noch was zeigen. Ich habe euch ja letztes Mal, als wir hier schon in Duran rumgeschlichen sind, das Haus von, wie hieß der? Tem Jin? Äh, Ten Jin? Irgendwie so. Gezeigt. Und der hat uns gefragt, was er mit seinem, mit seinem Geld anfangen soll. Na, so ja nicht. Er hat uns gefragt, was er mit seinem Geld anfangen soll. Weil er nicht wusste, wohin damit, nach seinem Tod. Und dann haben wir ihm gesagt, komm, das sollst du mit ins Grab nehmen. Und vielleicht könnt ihr jetzt auch schon so ein bisschen ahnen, warum ich ihm das geraten habe. Denn, äh, denn, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin verwirrt. Ähm. Ja, er ist ja mittlerweile tot. Und, äh, wir können hier einen Friedhof finden. Und auf dem Friedhof finden wir das Grab von Ten Jin. Und dann, wenn wir das öffnen, haben wir tatsächlich die ganze Kohle. Das ist das, äh, was ich eigentlich erreichen wollte. Nein! Ich wollte doch gar nicht raus. Ich, äh, wieder rein. Ich versuche gerade, in Mylins Haus zurückzukommen. Denn ich glaube, wir haben da was vergessen. Das war doch hier links, ne? Oh, kommt. Bam. Bam. Oh, danke. Nimm mich gerne mit. Denn, wir müssen ja den Hund holen. finden. Der Hund kann die Fährte von Mylin aufnehmen. Den Hinweis hatten wir bekommen. Der Hund namens Deppi. Wo wir den Namen Deppi gar nicht erfahren haben. Ten Jin, genau, das bist du. Weil ich, oh, toll. Weil ich wahrscheinlich irgendeinen, irgendwas weggeklickt habe. Jetzt komme ich hier nicht wieder zurück. Äh, so. Das ist natürlich jetzt doof. Dann muss ich den anderen Weg nehmen. Und zwar vom Hotelzimmer aus. Oh, geh weg. Vom Hotelzimmer aus muss ich also hier hoch? Ja, genau. Und drum, da lang. Jetzt kommt dieser Mordeo. Ach, da wollte ich gar nicht rein. Entschuldigung. Das war der Geheimgang, den ich euch vorhin gezeigt habe. Da gehen wir nachher noch wieder hin. So, weg. Ähm. Hier war das doch, ne? Genau. Beim Hotel war links, äh, eine Lücke. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Was war hier eigentlich? War man hier schon drin? Also außer zwei Zombies ist hier nichts. Ja! Bleib doch mal locker. Okay. Komm her, mein Freund. So. Genau. Hier müssen wir runterspringen. Und dann waren wir bei Mylin. Beziehungsweise erst mal im Keller. Moin. Bam. Und, upa da. Falsche Euchttung. Ja, gut, Alex. Puff. Und, puh. Au. Ich dachte, zwei Schüsseln sollten ihn zu Fall bringen. Aber es hat nicht ganz funktioniert. Komm, du's schon. Bam. Also, wo war das jetzt mit Mylin? Hier? Glaube, ne? Jo, hier war Mylins Haus. Dann also durch den Kamin. Und irgendwo muss hier der Hund sein. Deppi. Den brauchen wir. Damit wir die Fährte aufnehmen können. Wir haben hier dieses Halstuch. Den Kamin-Schal. Das hätte ich mir sogar gemerkt. Der Kamin-Schal. Von Mylin. Den haben wir. Und irgendwo ist dieser vermallete Hunde. Ähm. Frage ist jetzt, wo war der genau? Aber ich glaube, den finden wir hier irgendwo. Und wenn nicht, dann müssen wir doch nochmal die rechte Seite des Dungeons, sag ich mal, abspielen. Hier war doch nur ein Raum mit einem Zombie. Wo finden wir hier den Hund? Ich war der Meinung, hier gab's irgendwo den Hund zu finden. Oh, danke. Tja, hier ist auch nichts. Und wir müssen ein bestimmtes Siegel finden. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wie es heißt. Also wir haben ja dieses Traumsiegel. Das, was wir da oben ausgerüstet haben. Und dann gibt's halt nicht nur ein Traumsiegel, sondern auch noch ein anderes, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Und damit können wir die Geister fernhalten. Dann können die uns nichts mehr anhaben. Das brauchen wir. Gut. Hier hab ich gelernt, dass wir die Fische wegschieben können. Ist auch schon mal was. Ach, Temjin lass ich mal eben leben. So. Ähm. Geht mal tot. Ah, ich wurde verseucht. Ja, ist ja gut. Ja, 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 ja. Piep, piep. Gut, Hinsiegel. Ne, nein, da bin ich falsch. Da muss ich hin. Wir nehmen mal ein Gegend. Gut, dass wir hier nicht weiter vergiftet werden im Menü. Das wäre natürlich ein bisschen übel. So, und dann nehmen wir nochmal eben eine Heilknalle hier nochmal, oder? Ist das die letzte? Okay. Sieht so aus. Okay, dann... Ja, können wir nur noch auf die rechte Seite, würde ich sagen. Gehen wir oben nochmal gucken. Ist natürlich jetzt schade. Oh, was liegt denn da? Da liegt ja ein Kristall. Habe ich den schon versucht zu kriegen? Ja, von hier aus geht's nicht. Hä? Wie komme ich denn da hin? Wollt ich den Kristall gerne haben? Aber von hier links da waren wir ja schon, ne, ja. Keine Ahnung. Tag, maler Wolfgang. Tag.